Ich weiss nicht, ob es ein Zufall ist, wenn man über die Kirchenfeldbrücke kommt, dann steht man plötzlich mitten in sechs Museen und fünf weiteren kulturellen Institutionen. Wir wollen aus diesem Zufall einen Glücksfall machen und die Chance nutzen. Die Burgengemeinde Bern, der Kanton Bern und die Stadt Bern haben zusammen ein Projekt entwickelt, wie wir ein neues Museumsquartier Bern entwickeln können. Ein Museumsquartier, das internationale Ausstrahlung haben wird und Bern auf die internationale Museumslandkarte setzen wird. Da freue ich mich sehr drauf.